Wir sind halt echt genau gleich, Alter. Hab ich dich grad bewusstlos gehackt? Nee, 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 du hast mich nicht bewusstlos gehackt. Du liegst aber da und ich kann dich gieren. Naja, ich bin auch nicht bewusstlos. Du bist tot. Ja! Was? Was? Du legst dich einfach um und haust einfach einmal direkt in meine Schädel rein. Du bist voll in mich reingelaufen. Du bist voll in mich reingelaufen. Du bist voll in mich.